Hallo und willkommen bei der Firma Graf von Hamburg. Heute geht es um das Mercedes Diesel Update. Wenn ihr so ein Fahrzeug fahrt, bekommt ihr von dem Kraftfahrtbundesarm ein Schreiben, in dem ihr bei Mercedes vorstellig sein müsst, damit Mercedes euch eine andere Motorsoftware draufspielt. Mercedes bietet euch da 100 Euro sozusagen einen Gutschein an, den ihr für irgendwas verrechnen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, denn ihr habt keine andere Wahl, dann werdet ihr merken, das Fahrzeug verbraucht mehr, verbraucht auch mehr AdBlue und läuft deutlich rauer. Ihr habt aber keine Möglichkeiten. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt wie das hier, was in den Export geht, dann haben wir die Möglichkeit, euch eine originale Software draufzuspielen, die auch vorher bei dem Fahrzeug drauf war, damit das Fahrzeug wieder so verbraucht, wie es vorher war. Der Verbrauch bleibt dann entsprechend identisch, AdBlue bleibt, so wie das auch vorgewiesen ist und diese ganze raue Gefahr ist entsprechend verschwunden. In Deutschland ist das natürlich nicht erlaubt, daher bieten wir das nur für Fahrzeuge an, die in den Export gehen. Dann wird keine getunete, keine modifizierte, keine manipulierte Software draufgespielt, sondern eine ganz normale Mercedes Software, mit denen diese Fahrzeuge halt auch ausgeliefert wurden vor diesem Abbild. Wenn ihr an sowas Interesse habt, kontaktiert uns am besten per E-Mail oder ruft uns an, dann können wir euch da behilflich sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.